Und damit herzlich willkommen zurück zum Turnier der E-Schnellzug-Loks. Heute ist Gruppe B dran und das sind hier nochmal alle Teilnehmer im Turnier. Heute wie gesagt Gruppe B und dann schauen wir uns die Teilnehmer mal ein bisschen genauer an. Kommen wir zum ersten Teilnehmer der Gruppe B, den HHP bzw. HHP8. Die eine Lok aus den USA mit 600 kW, das sind ca. 8100 PS und 250 Kilo Newton Zugstärke. Die Lok wiegt 100 Tonnen, wurde ab dem Jahr 2010 gebaut und fährt 200 kmh in der Spitze. Die zweite Lok im Rennen ist die CFL 4006 aus Luxemburg. Diese hat 4200 kW Leistung, das sind ca. 5700 PS. 300 Kilo Newton Zugkraft stehen zur Verfügung. 84 Tonnen wiegt die Lok, wurde ab dem Jahr 2000 gebaut und fährt 160 kmh schnell. Kommen wir jetzt zum ersten deutschen Teilnehmer dieses Turniers. Das ist die BR 120, in Realität gerade frisch ausgemustert. Diese hat 6500 kW Leistung, das sind ca. 7600 PS. 340 Kilo Newton Zugkraft stehen zur Verfügung. 84 Tonnen ist die Lok schwer und wurde ab dem Jahr 1979 bzw. die zweite Baureihe, die hier fährt, ab dem Jahr 1987 gebaut. Die Lok fährt 200 kmh schnell. Und als vierter Teilnehmer ist hier die ÖBB 1116 aus Österreich. 6400 kW stehen zur Verfügung, das sind ca. 8700 PS. Die Lok hat 300 Kilo Newton Zugkraft, wiegt 86 Tonnen und wurde ab dem Jahr 2000 gebaut. Sie fährt 230 kmh schnell, was aufgrund der Wagen aber nicht möglich ist. Und passend zum ersten Startplatz sind die Wagen heute aus den USA, können 200 kmh schnell und es sind wieder 5 Wagen pro Zug. Und es kann losgehen. Wir starten hier in der Sicht der Taurus-Lokomotive der Baureihe 1116 der ÖBB, die hier erstmal Boden verliert gegen die BR 120 aus Deutschland. Hier, das ist der Start nochmal, die BR 120 in Führung, dahinter Taurus, dahinter CFL und als letztes die Lok aus den USA, die HHP 8. Auch die USA gewinnt jetzt hier gegen Luxemburg. Die HHP 8 ist jetzt auf Rang 3. Und der Taurus zieht weg. Der hat genug Power, um auch hier die BR 120 hinter sich zu lassen. So sieht es im Moment aus. Und hier nochmal eine Sicht von einem Bahnübergang. Sehr schön. Man sieht Taurus in Führung, dahinter BR 120, dann HHP 8 oder HHP 8 und dann Luxemburg mit der 4006. Ich denke, die Reihenfolge wird sich jetzt nicht mehr groß verändern, beziehungsweise vielleicht kann USA noch aufholen. Wir sehen, sie kommen ungefähr der gleiche Geschwindigkeit im Moment zwischen der HHP 8 und der BR 120. In Führung, klar, die Taurus-Lokomotive, die wird wohl den Sieg nach Hause fahren. Mal gucken, da wird sich wohl nichts mehr ändern. Genug Power ist da, dass das eine klare Sache wird. Kann sich noch was ändern zwischen der BR 120 und der Lok aus den USA? Ich denke nicht, aber vielleicht kommt sie ja gleich nochmal links angefahren. Die Lok aus den USA. Hier sehen wir nochmal eine Sicht von weit, weit oben. Auch sehr schön auf das Rennen. Die Luxemburger Lok ziemlich zurückgeschlagen, hat allerdings auch noch eine Höchstgeschwindigkeit von 160 kmh. Das hat so ein bisschen dafür geführt, dass sie zwar einen guten Start hatte, aber dann hinter den ganzen schnelleren Loks nicht mehr hinterher kam. So, und das wird wohl auch die Zieleinfahrt jetzt hier sein. Taurus gewinnt. Österreich hat also in einem von zwei Rennen bisher eine Lok ins Halbfinale bekommen. Die erste deutsche Lok ist auch im Halbfinale, die BR 120. Raus sind die HSP 8 aus den USA, die aber knapp dahinter liegt. Und auch die Lok aus Luxemburg ist aus dem Rennen. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder mit Gruppe C. Macht's gut und tschüss.